Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel 1 Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist dafür bekannt, dass sie eine extrem gute Ankunftsquote hat. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 Grand Prix von Ungarn immer ins Ziel geschafft. Der Hungaroring 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eins. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz und Perez, Riccardo, Gasly, Bottas und Kevin Magnussen, Albon, Zunoda, Sebastian Vettel und Norris, Strahl, Mick Schumacher, der einzig wahre und Fernando Alonso, Joe Ocon, Latifi und Felipe Drugovic. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 22, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Land-Ganal mit mir, dem Ray. Ja, jetzt spricht die Stunde der Wahrheit, ob sich der Reifen-Poker im Qualifying ausgezahlt hat, um dich da ganz kurz mal abzuholen. Mit dem letzten größeren Update hat Codemasters freigeschaltet, dass man ab der zweiten Saison wieder Einfluss darauf hat, wie die Reifensatzzuteilung fürs Rennwochenende ausschaut. Sprich, wie viel Medium-Reifen, Hard-Reifen, Soft-Reifen man in den einzelnen Sessions hat. Das Problem ist allerdings, wenn man noch, wie wir, an der ersten Saison feststeckt, beziehungsweise, so wie ich, die Karriere neu gestartet hat und dementsprechend auch noch in der ersten Saison feststeckt, dann kann man eben diese Reifensatzzuteilung nicht ändern. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Codemasters da irgendwie gefettfingert hat oder das Ganze nicht durchdacht hat. Denn das Standard-Preset, was jetzt neu mit dem Update reingekommen ist, macht halt einfach so gar keinen Sinn. Wir haben nämlich im Qualifying einen Medium-Satz und sogar zusätzlich noch einen Hard-Reifen-Satz. Dafür verlieren wir aber zwei Soft-Reifen-Sätze. Und ab dieser Saison, wo man ja sowieso freie Reifenwahl hat, sprich, selbst wenn man ins Q3 kommt, muss man nicht mit dem Reifen starten, mit dem man sich für das Q3 qualifiziert hat, sondern man hat immer freie Reifenwahl. Sprich, es macht eigentlich im Qualifying nur ein Soft-Reifen-Sinn. Und ja, durch dieses doofe Preset und dadurch, dass wir es eben in dieser ersten Saison nicht ändern können, habe ich für das Q1 und Q2 nur zwei frische Soft-Reifen. Wenn ich dann so wie jetzt hier in Ungarn ein bisschen mehr Risiko gehen möchte und beziehungsweise für das Rennen weniger Risiko, weil ich einfach mehr Strategieauswahl haben möchte, sprich, ich möchte einen frischen Soft-Reifen haben für das Rennen, dann kann ich sogar im Q1 und Q2 nur einen einzigen Soft-Reifen verwenden. Genau das habe ich getan. Und dementsprechend ist das Qualifying-Ergebnis jetzt auch nicht so gut ausgefallen, weil ich halt natürlich, ja, zwei Runs gemacht habe, aber auf dem zweiten Run waren die Reifen halt natürlich schon angefahren. Dann haben wir ein paar Zehntel gefehlt. Und so habe ich es nicht ins Q2 geschafft, da habe ich mich nur auf P19 qualifiziert. Ich habe zwar schon darauf spekuliert, dass das ein oder andere Team beziehungsweise der ein oder andere Fahrer noch eine Grid-Platzstrafe bekommt. Wir sind ja mitten in der Saison. Da kann es ja gut und gerne mal Komponentenwechsel geben. Und dann werden die im Strafversatz. Den Berndienst hat uns jetzt mal Alpin erwiesen mit Esteban Ocon und Fernando Alonso. Die sind nämlich beide jetzt hinter uns. Deswegen P17 statt P19. Macht aber nichts oder tut nichts zur Sache. Es ist trotzdem nicht die überragende Startposition in Ungarn. Es ist super schwer zu beholen. Wahrscheinlich neben Australien und vor allem auch Monaco mit die schwierigste Strecke. Sehr zähes Programm. Aber was labere ich lange rum? Stunde der Wahrheit bezieht sich auf, ja, kann überhaupt oder hat es überhaupt jetzt Sinn gemacht, einen Soft-Reifensatz zu sparen? Das werden wir nämlich erst jetzt sehen, wenn wir die Strategie personalisieren auf den Trainingsergebnissen. Macht es überhaupt Sinn, einen Soft-Reifensatz zu verwenden? Ich traue mich gar nicht zu drücken, aber ja, ja, okay. Es macht Sinn, einen Soft-Reifensatz zu verwenden. Ganz kurz, um auch dich da nochmal abzuholen, in der ersten, ersten Saison, also bevor ich diese Karriere gerestartet habe, habe ich genauso diese Strategie gewählt. Die ist natürlich ein bisschen risikoreicher. Man sieht ja auch, wie die Abnutzung extrem nach oben schießt. Aber hinten raus, ja, ich drehe das nämlich ganz kurz mal, habe ich so eine überragende Performance gehabt, dass sich das am Ende tatsächlich gelohnt hat, weil es eine schnellere Strategie ist. Aber wir überprüfen das Ganze mal, personalisieren hier auch mal ganz kurz, gehen hier auf Hard und dann entfernen wir einfach den Abschnitt hier und dann sollte das, ach so, warte mal, habe ich das personalisiert? Doch, ist personalisiert. Äh, genau so, ja. Äh, ja, eine Sekunde, okay. Dachte das ein bisschen mehr. Aber weißt du was? Jetzt sind wir schon da hinten im Feld. Dann können wir das Risiko auch gehen. Und sei mal ganz ehrlich, für diese Saison gesehen, macht es jetzt auch keinen Unterschied, ob wir Elfter werden oder Zwanzigster. Ähm, aber vielleicht mit ganz viel Risiko schaffen wir es sogar vielleicht in die Punkte. Und dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Klar, fürs eigene Ego macht es natürlich schon einen Unterschied, ob man Elfter oder Zwanzigster wird. Ich meine, gerade mit dem Team, wo wir gerade sind oder wo unser Team gerade steht, beziehungsweise wo unser Fahrzeug gerade steht im Grid, in der Leistungsperformance, äh, wäre selbst Platz 15 oder besser, wäre schon ein überragendes Ergebnis. Denn aktuell, um dich da auch abzuholen, sind wir das zweitschlechteste Team. Also statt, dass es nach oben geht, rutschen wir sogar wieder weiter ab. Keine Ahnung. Aber gut, fast jede Entwicklung geht schief. Und ach, es ist nervig. Naja, egal. Auf jeden Fall, so weit ist Aston Martin, Haas und auch Alfa Romeo nicht weg, als sie die sind schlagbar. Und jetzt gucken wir einfach mal, was geht. Ich habe schon wieder viel zu viel geschnackt. Ich wollte dich einfach nur ganz kurz abholen auf dem aktuellen Stand der Dinge. So oder so, wir gehen jetzt rein ins Rennen, beziehungsweise in die Einführungsrunde. Ja, ganz interessant. Schumacher startet auf Soft. Also entweder geht er auch dieselbe Strategie. Also entweder geht er dieselbe Strategie, also spricht Soft-Medium oder Soft-Hart, wäre ja auch noch eine Option. Oder macht es eine Zwei-Stop. So oder so, schon mal interessant. Für uns ist natürlich auch schon mal gut, wir können auch taktieren. Also wir können natürlich jetzt auf die Standard-Strategie, Medium-Hart, auch zurück switchen. Ja, wir müssen uns nur ab Runde 15 oder 16, glaube ich, entscheiden. Bei der Strategie gehen wir in Runde 23 rein erst, also deutlich länger ziehen. Sprich, wir müssen natürlich gerade im letzten Drittel dieses Stints extrem aufpassen, wenn die Reifen dann schon 50, 60 Prozent Abnutzung haben. Da müssen wir nicht das Ganze überpushen. Ja, der Schlüssel dieser Strategie ist halt auf jeden Fall überleben, taktisch zu sein, geduldig zu sein. Und ich gehe auch stark davon aus, weil es überholen hier so schwierig ist, dass du als Zuschauer jetzt mit diesem ersten Stint, mit diesen Medium-Reifen erst mal ein sehr action-armes Rennen sehen wirst. Aber hinten raus könnte es dann richtig, richtig abgehen. Und deswegen für dich jetzt vielleicht erst entspannt und dann wird es aber richtig Nervenkitzel geben. Für mich selber wird es immer Nervenkitzel sein, weil Ungarn ist so eine anspruchsvolle, technische Strecke, was ich mag, aber das heißt nicht, dass ich mich deswegen weniger konzentrieren muss, ganz im Gegenteil. Das wird natürlich schon sehr anstrengend sein, aber ich freue mich drauf. Und ja, ich bin froh, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist hier zum großen Preis von Ungarn auf dem Ungaro-Ring. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung hier bei diesem Rennen in unserer F1-22-Malteam-Karriere mit unserem PXR Racing Formula One Team. Jetzt wird es natürlich wichtig sein, einen guten Start zu haben. Gerade die Alpins werden natürlich richtig drücken. Auf jeden Fall überleben. Das wird wichtig sein. Okay, auf geht's. Das wird was. Konzentration. Okay, ja, Start, würde ich sagen. So, auch passend zu Harmonika-Effekt. Ist hier ganz wild bei Ungarn, weil die Kurven sehr langsam sind. Ja, da stiche ich lieber nicht rein. Lassen wir halt Alonso ziehen. Das ist jetzt nicht so wild. Eine Position verloren. Da kann ich nicht reindriven. Da ist halt nicht viel Platz. Das ist halt so eine typische, historische, klassische Strecke. Da ist nicht viel Platz auf der Strecke. Die gehen parallel da durch. Das ist nicht gut. Aber egal. Wir sind dabei. Es ist jetzt wichtig, überleben. Jetzt erstmal dabei bleiben. Vielleicht tut sich ja doch noch irgendwo eine Lücke auf. Ja, so ein bisschen bewölkt. Ist aber weiter nicht schlimm. Vielleicht sogar gut, dass der Asphalt da nicht zu heiß ist. Dass wir die Reifen nicht zu sehr überfordern, weil die müssen jetzt natürlich eine gute Weile halten. Sprich, ich sollte jetzt auch gucken, dass ich nicht unnötige Wheelspins habe oder Lockups habe. So, Stroll ist ja jetzt bei Alfa Romeo. Der hat sich ja zerstritten mit seinem Dad. Deswegen ist er bei Aston Martin rausgeflogen, wie es scheint. Jetzt ein bisschen breit machen. Da sind wir wieder auf P17. Sehr gut. Kange Mark. Das wäre nicht geil, wenn wir an Alonso irgendwie dranbleiben könnten. Ja, ich liebe Ungarn einfach. Solche Strecken sind aber geil. Deswegen vielen Dank, dass ihr die Strecke in den Rennkalender gewählt habt. Ihr durftet ja entscheiden, welche Rennen wir die Saison fahren. Da wäre ja eine verkürzte Saison mit 16 Rennen. Das werden wir auch in der zweiten Saison dann tun. Und mit dem Update, man kann ja auch positiv berichten, was das Update betrifft, ist jetzt auch China und Podimao mit in die Auswahl gerückt. Sprich, da können wir dann auch die wieder mit reinnehmen, wenn ihr wollt. Aber noch gibt es keine Abstimmung. Die werde ich dann wieder kurz vor Saisonende euch freigeben. Aktuell sind die ein bisschen weg. Wollen wir aufpassen, dass ich da den Anschluss nicht verliere. Wir haben gesehen im Qualifying auch an Trujkovic, am Teamkollegen, dass unser Auto Topspeed-technisch nicht gerade die beste Waffe ist. Und da ich ja auch nicht mit den perfekten Teilen ins Rennen gegangen bin, wie ihr jetzt gerade seht, fehlt natürlich auch ein bisschen Power. Aber Power ist jetzt hier zweitrangig, würde ich sagen. Gut durchkommen, taktisch, diszipliniert sein, das ist wichtig. Geduldig sein, aber auch immer angriffslustig sein. Auto fühlt sich aber super an, direkt vom Start weg. Und damit kann ich arbeiten. Auch wenn die Konkurrenz deutlich stärker ist, als ich es gedacht habe, das habe ich ja im Qualifying schon gesagt, ich habe eigentlich nicht mit so einer starken Pace von der Konkurrenz gerechnet. Deswegen, jetzt gucken wir einfach mal, was das Rennen am Ende sagt. Ich sage, jetzt ist die Phase, wo wir einfach konzentriert bleiben müssen, keinen Fehler machen dürfen, nicht unnötig pushen müssen, wo es nicht angebracht ist. Ja, und solange wir jetzt hier ein bisschen die RS mitziehen können, ist doch schon mal gut. Wir sollten jetzt ein bisschen die RS auch auftanken. Das passt. ein bisschen zu früh rein. Shortshiften ist natürlich wieder absolut der Schlüssel um genug Grip da an den einzelnen Stellen aufzubauen. Weil dieses plötzliche Snap-Over-Steer ist natürlich immer gefährlich und immer präsent. Ich glaube, wenn sie das in den Griff bekommen, dieses Snap-Over-Steer, also dieses plötzliche Übersteuern, was sich gar nicht ankündigt, ich glaube, dann könnte kommende F1-Titel echt richtig spaßig sein. Weil ich glaube, das ist mit eines der nervigsten Elemente, die sie aktuell drin haben. Ja, die haben noch unglaublich die Pace da vorne. Aber alles gut. Genau das. Boah, guck mal, wie gefährlich, ey. So, jetzt sind wir alle wach. Und das kann dann natürlich, je länger der SYN geht, immer gefährlicher werden, wenn die Reifen so abbauen. Aber, wie gesagt, wir haben auch noch die Option, auch auf die etwas passivere Strategie zurückzuswitchen mit den Harten. Und jetzt merke, das wird nichts oder der Reifenablieb ist doch zu krass. Ja, falls ihr euch vielleicht fragt, warum ich immer einen Downshift mache und direkt wieder den Abschiff, naja, ich nutze den Downshift meistens, ja, die Motorbremse, damit sich das Fahrzeug ein bisschen noch mehr reinrotiert und dann direkt wieder den Abschiff, um eben nicht zu hoch die Drehzahl werden zu lassen. Also wirklich, ja, einfach halt, um maximal Traktion irgendwo zu haben. Auto fährt sich aber gut. Jetzt auch, wenn man bedenkt, dass wir jetzt die ganze Zeit in der verwirbten Luft hier fahren. Okay, keep pushing your gaming with the car ahead. Vorsicht! Nicht zu weit raustragen lassen hier. Passen. Cups sind da sehr hoch. Das war jetzt nicht so gut gefahren. Akkongrenz ist verdammt stark unterwegs. sechs. Das war jetzt das war jetzt. Ja, das war jetzt. Das war jetzt. Ja, wie ich gesagt habe, das ist natürlich jetzt irgendwo ein Geduldsspiel. Man sieht auch, Alonso kann klar schneller als die da vor ihm. Aber das ist alles nicht so einfach hier. Keine Chance, sich da vorbeizusetzen. Das ist alles nicht so einfach. Ja, wie ich es euch gesagt habe, das wird jetzt im ersten Sinn eher ein Geduldsspiel sein. Aber das gehört dazu. Das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach. Der Reifenabrieb sieht okay aus, würde ich sagen. Jetzt auch mir groß keinen Wheelspin oder Verbremser geleistet bis jetzt. Gegen Alonso ist es eh schwierig. Im Prinzip wäre es für uns besser, wenn Alonso vorbei an Vettel ginge, weil ich glaube, gegen Vettel könnte ich eher einen Angriff fahren. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Dass ich dranbleiben kann, ist auch schon mal viel wert. Und dadurch auch jetzt troll nicht eine Angriffsfläche biete. Der Norris oder wäre das wunderbar? Der McLaren, der zieht halt auch richtig krass weg. Also, du merkst, dass der Alpha Tauri und der Este Martin halt auch höchstwahrscheinlich Alonso ziemlich aufhalten. Also, du merkst, dass der Alpha Tauri und der andere Angriffsfläche biete. Zu weit, Vorsicht, Track Limits. Da außen ist auch nicht viel Grip. Gefährlich. Ja, bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden mit dem Rennen. Klar, würde man gerne attackieren können. Aber wir müssen auch immer noch wissen, was für ein Fahrzeug wir gerade fahren und wo wir gerade sind. Und dass es in Ungarn sowieso schwierig ist, es zu überholen. Es gibt zwar so ein paar Stellen, die gehen, aber da muss ich auch echt in der perfekten Position sein. Und das bin ich halt aktuell nicht. Und das ist schon gut. Und das ist schon gut. Und der Kapitel der Team ist hinter uns, das ist da passiert. oder in der Box. Das haben halt vielleicht einige, diese Strategie, wie mitgemacht mit den Softs gestartet oder so. Aber das ist auf jeden Fall keine, glaube ich, gute Strategie. Also eine 2-Stop zu machen. Gerade weil eben das Überholen hier so schwierig ist. Aber ich glaube, Reifenmanagement kriege ich gerade ganz gut hin. Ja, vom Wegen. Die bremsen hier relativ früh schon. Also wenn in Kurve 1 rein, glaube ich, könnte man schon gut Angriff machen, aber da muss ich näher dran sein. Aber da kommt Alonso aber aktuell besser aus der letzten Kurve raus. Könnte am Alpin. Untertitelung des ZDF, 2020 und da noch ein paar Minuten Seins macht jetzt natürlich Druck von hinten. Kann sein, dass wir den jetzt direkt ziehen lassen müssen. Aber ich gehe davon aus, dass Seins auch wie MIG mit Soft gestartet ist. Oh, das ist unsere Chance. Kampflinie. Aber auch gegen mehrfachen Weltmeister wie Alonso schreck ich nicht zurück. Geil. Chance gesehen, Chance genutzt. Bewegen mal kann ich ja nicht überholen. Geil. 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 Untertitelung. BR 2018 Noch einen mehrfachen Weltmeister überholt. Easy-Snack. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, ein Problem. Jetzt habe ich nämlich selber kein DRS mehr. Die Zunoda auf Hard. Okay, die sind auf Hard gestartet. Ja, und ERS habe ich auch nicht mehr. Aber jetzt habe ich mal keine verwirbelte Luft. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe auch nicht. Nein. No tire concerns at the moment. Just focus on the driving. Das war gut, dass Vettel und Seins gerade ein bisschen kämpfen. Ich muss trotzdem ERS wieder irgendwie sparen. Sonst wird das nichts. Wäre geil, wenn ich ins DRS-Fenster von Zunoda kommen könnte. Das würde so viel helfen jetzt. Und da der auf Hard ist, wird der auch noch ein bisschen länger draußen bleiben. Gucken wir mal. Ja, die Harden werden natürlich besser sein als meine Mediums jetzt irgendwann. Gucken wir mal die Konzentration jetzt. Wenn ich jetzt kein DRS habe, dann werde ich Seins wahrscheinlich vorbeilassen müssen. Aber ist dann auch nicht schlimm. Ist eh nicht mein Konkurrent. Das war jetzt ungünstig. Ich habe jetzt gehofft, der wartet noch auf die Gerade. Aber das kostet jetzt halt nur Zeit. Das war jetzt. Ich kann leider gerade die Pace nicht mitgehen von Tsunoda. Vielleicht sollte ich jetzt wirklich seins vorbeilassen und dann sich eher so bei ihm ein bisschen mitziehen lassen. Vielleicht gelingt das ja. Jetzt gehen die meisten anderen auch in die Box. Das mit dem Reifen passt, aber mit so viel Abrieb habe ich eigentlich gerechnet. Sogar eher mit mehr zu dem Zeitpunkt. Das ist aber halt die Phase, wo wir aufpassen müssen. Das dürfen wir nicht überpushen. Müssen wir jetzt einfach akzeptieren, dass der Alfa Tauri und die harten Reifen da schneller sind da vorne. Alles cool. Und dass seins natürlich auch schneller ist im Ferrari auch. Zumal wir davon ausgehen können, dass seine Mediums frischer sind. Das Ding ist halt natürlich, dass die ganzen anderen Konkurrenten, die jetzt frische Reifen holen, natürlich jetzt extrem viel Zeit aufbaut machen. Sprich, wenn wir dann aus der Box raus sind, werden wir ziemlich durchgereicht werden. Aber ja, das ist halt so. Jetzt gucken wir mal. Ich merke jetzt schon langsam, wie ich die Reifen abbauen. Von der Pace her. Okay, du bist in der Top 10. Und der Gap zu der Karte in Front ist. Ja, das ist 3,2 Sekunden. Ja, auch Alex könnte ich mir vorstellen, dass der mit Softs gestartet ist. So, den Nick halt auch. Und jetzt mal ist Alex am Fliegen. Der holt richtig auf auf uns. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr pushen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, der ist nicht stopping now. Ja, 20. Da wären wir aktuell, wenn wir aus der Box kommen. Aber wir haben noch ein paar Runden, bis wir in die Box gehen. Also, ich könnte sogar sein, dass wir letzter sind, wenn wir aus der Box sind. Mal gucken, ob sich die Strategie gelohnt hat. Aber, naja, wir mussten ja was riskieren. Mal gucken, ob sich die Strategie gelohnt hat. Okay, we're approaching the pit window, you're going to be able to stop this. Yeah, man merkt richtig, wie langsam ich jetzt um die Ecken fahren muss. Also man merkt schon, der Grip hat schon deutlich abgenommen. Aber wir müssen noch zwei Runden. Drei Runden mit der hier sogar. Jetzt wirklich einfach durchkommen bis zum Boxenstopp, das ist jetzt wichtig. Und im besten Falle natürlich Alex und Mick nicht vorbeilassen. Können wir vorstellen, dass die nämlich auch nochmal in die Box müssen. Ja. 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 Und da sind sie auch in der Box, sogar vor uns noch. Krass. Wenn ich jetzt mal noch was für Reifen, die gehen. Das könnte sich am Ende echt auszahlen, die Strategie. Wartet mal ab. Aber die, wenn ich auf Soft gehe, sobald ich halt auf Soft gehe, muss ich halt ballern und ich darf keinen Fehler machen. Und ich muss natürlich auch mit den Softs im letzten Drittel des Stints, also ganz am Ende darf ich nicht mehr pushen. Da geht es dann auch nur noch über das Überleben. Ich darf halt, wenn ich die Reifen frisch habe, die ersten vier Runden, sage ich mal, oder fünf Runden kann ich richtig pushen. Und danach ganz normal die E-Pace ausfahren. Jetzt erstmal den Stint hier noch fehlerfrei beenden. Vielleicht ist ja noch ein Safety Car auf unserer Seite. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, wenn Norris gewaltig aufgeholt ist, das zeigt sich jetzt, wie die Pace jetzt hier komplett fehlt. Okay, in-lamp jetzt. Norris will es jetzt aber wissen, ey. Nämlich lasse ich nicht vorbei. Zue ich jetzt gar nicht ein. Okay, er macht es mit der Brechstange. Uff, Alter. Alles klar. Die Rennleitung sagt es okay. Dann ist es okay. Vielleicht hat er mich aber schon fast off-track gepusht. Mit der Aktion. Alter, wie er überall jetzt reinstechen will. Übertreibt doch nicht. So, jetzt kannst du vorbei fahren. Da lässt gar kein Glück mehr an den Reifen. All right. All right. Fuck. So, ganz knapp jetzt doch letzter. Letzter. Das ist natürlich blöd. Der hält jetzt natürlich direkt auf. Ja, jetzt hat es Knallcars gegeben. Und auszusehen habe ich das EAS zu lange angehabt. Das wollte ich gar nicht. Dachte, ich habe es ausgemacht. Dachte, ich habe es ausgemacht. Dachte, ich habe es ausgemacht. In zwei Sekunden. Okay. Danke fürs Platz lassen. Ja, das war so doof, dass ich es EAS so zerstört habe bei mir. Okay. Untertitelung. BR 2018 Ja, wir können so viel später bremsen jetzt mit den Softs. Ja, wir können so leicht sein. Ja, wir können so leicht sein. Ja, wir können so leicht sein. Ja, hoffen wir mal, dass der Tour bei uns nicht noch um die Uhr ab und fliegt. Ja, wir können so leicht sein. Ja, wir können so leicht sein. Green flag. Ja, wir können so leicht sein. 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 Cool, shit, cool, shit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Er ist ja schon fast gescheedet, wenn man so spät bremsen kann. Aber dafür haben wir auch diese Risikostrategie gewählt, um den Vorteil jetzt am Ende zu haben, wenn die Reifen jetzt irgendwann nicht mehr mitmachen werden. Untertitelung. BR 2018 Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of it. Okay, I've got information on the show for you. They seem to have an issue. Softs sind jetzt nicht mehr schneller. Das Pulver ist verschossen, leider jetzt. So eine ein, zwei Runde länger wäre noch geil gewesen, aber jetzt heißt es tatsächlich nur noch überleben mit den Dingern. So da. So da. So da. So da. So da. So. So da. Okay, wir haben genug fuel für drei mehr Lads. Okay, wir haben genug fuel für drei Lads. Ja, leider kein DRS, das wäre so wichtig, dieses DRS zu haben. Ja, die Reifen sind halt jetzt schon wieder komplett übermacht. Wir haben 10 Nud, 10 Nud, so rum ausgesprochen. Ja, vielleicht war, dass ich da hinter Latifi rausgekommen bin. Und das Zündlein einer Waage, dieses bisschen was gefehlt hat, jetzt hinten raus, da vorne dran zu sein. Aber mit DRS wäre das nochmal ein bisschen was anderes, weil man sich dann immer wieder ein bisschen hätte ransaugen können. Und so weiter. Jetzt wird es wahrscheinlich sogar sein, dass Mick mich sogar noch überholt. Okay, this is your final lap, final lap of the race. Okay, wir haben nur ein Lack von fuel remaining. Okay. 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 Okay, pick up rubber and bring it home. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein erfreuliches Resultat für George Russell, der an der Spitze der Rangliste immer weiter davonzieht. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan. Aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ich will ja nichts sagen, aber Aston Martin wurde letzter und vorletzter. Aber gut, so viel zum Sprung nach vorn. Ja, Fazit zum Rennen. Ich glaube, von der fahrerischen Seite von mir habe ich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Gegen Ende hat man dann schon deutlich gespürt, wo die Softs am Ende waren. Habe ich dann noch versucht, trotzdem ein bisschen zu pushen. Dann ging es noch ein bisschen neben die Strecke, wenn man das jetzt als Fehler werden möchte. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich auf der Fahrerseite eigentlich abgeliefert. Die Strategie hat nicht funktioniert. Seien wir ganz ehrlich, also wir sind kaum nach vorne gekommen. Wahrscheinlich wäre ich sogar mit der Standardstrategie Medium-Hart, hätte ich wahrscheinlich sogar eher noch eine Chance gehabt, irgendwie ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ja, nicht viel wahrscheinlich, aber so ein, zwei Plätze wären vielleicht möglich gewesen mit der Standardstrategie. Also, die wäre schon schneller gewesen. Ich glaube einfach, dass in der ersten, ersten Saison, eben wie ich es ja immer nenne, der große Vorteil war, dass sich dort viel, viel Reifenschonender oder das Fahrzeug, was wir dort hatten, viel Reifenschonender war. Das hatte sonst andere Probleme. Aber dadurch konnte ich jene Strategie besser umsetzen und die hätte dann, oder hat da einfach besser funktioniert. Mir hat einfach dann die Pace hinten raus mit den Mediums und auch mit den Softs gefehlt. Also, ich hätte nochmal so eine Runde, vielleicht anderthalb Runden, nochmal ein bisschen diesen Reifenvorteil gebraucht, der Softs, damit ich halt eben an die beiden mit DRS rankomme. Es war ganz knapp, hat es nicht gereicht. Dann hätte ich mich ein bisschen mitziehen lassen können. Vielleicht hätte man noch was machen können, aber so oder so denke ich einfach mal, dadurch, dass ich auch hinter Latifi gerutscht bin nach dem Boxenstopp, das hat natürlich Zeit gekostet. Da waren die Softs super, da kam ich nicht direkt vorbei. Am Strich ganz viele Kleinigkeiten, die dann halt nicht für ein perfektes Ergebnis reichen. Punkte wären heute so oder so nicht drin gewesen, weil die Konkurrenz einfach unfassbar stark war. Das ganze Wochenende, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Und vielleicht ist dann halt diese Leistungsübersicht, auch wenn es prinzipiell vielleicht nur ein Pixel ist, aber vielleicht ist unser Fahrzeug derzeit tatsächlich einfach so schlecht. Und muss sich wirklich auf dem Niveau von Williams rumschlagen, beziehungsweise Alex hat ja gezeigt, dass es schneller geht. Der hat sogar eine Zwei-Stop gefahren und ist sogar vor uns gelandet. Ich meine, klar, der ist von Platz 11 gestartet. Ganz andere Ausgangssituation, aber trotzdem, ja, unterm Strich kann man sagen, wir haben es probiert. Hat leider nicht funktioniert, ist aber auch kein desolates Ergebnis. Ich meine, wir sind da, wo wir halt aktuell sind. Es kann nicht immer so super glücklich laufen, wie in den letzten beiden Rennwochenenden. Ja, ich bin happy. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen. Ich denke, ein paar geile Action-Szenen waren auf jeden Fall mit dabei. Und aus der strategischen Sicht ist es ja auch ganz interessant, sowas mal zu verfolgen. Nächste Station ist Spa-Francorchor. Da geht es nach Belgien. Da lohnt es sich, denke ich mal, auf jeden Fall auch wieder einzuschalten zur Ardennen-Achterbahn. Ich bin jetzt raus, lasse ich nochmal mit den Highlights alleine. Und Sie hören und sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Tschaui. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020